Hallo zusammen, Ethereum hat endlich die 3300 US-Dollar-Marke geknackt und als ob das nicht schon genug wäre, ist die Marktkapitalisierung von Krypto insgesamt auf über 3 Billionen US-Dollar gestiegen. Und ja, damit ist Krypto jetzt größer als das gesamte Bruttoinlandsprodukt von Frankreich. Und um noch eins draufzusetzen, Ethereum ist jetzt mehr wert als die Bank of America und das ist schon ziemlich krass, oder? Und wenn das keine bullischen Signale sind, dann weiß ich es auch nicht. Aber die Frage ist nicht mehr, ob man Krypto überhaupt halten sollte, die Frage ist eher, ist jetzt der Moment, um stärker in Ethereum einzusteigen oder bleibt man doch besser bei Bitcoin und Solana? Und schaut am besten mal hier auf diesen ETH-BTC-Chart und nach Monaten, in denen dieser Chart nur eine Richtung kannte, nämlich abwärts, sieht man jetzt endlich eine Mini-Erholung. Für jeden, der das schon lange verfolgt, bedeutet das, Ethereum hat gegenüber Bitcoin echt übelst performt in den letzten Jahren und das ändert sich womöglich gerade. Und meine größte Position ist tatsächlich Ethereum und ich habe jetzt Jahre damit verbracht zuzusehen, wie Bitcoin und Solana abgegangen sind im Vergleich zu Ether. Aber für mich ist das eigentlich kein Problem, weil ich habe tatsächlich auch Bitcoin und Solana, ich bin da also echt nicht so ein Maxi. Jedenfalls, wenn man genau hinschaut, besonders hier im All-Time-Chart, erkennt man langsam einen klitzekleinen Trendwechsel. Und den sieht man hier rechts ganz, ganz klein und niedlich, wie hier die Kurve so ein bisschen hoch geht. Aber erst, wenn man in den Monatschart reinzoomt, dann wird das erstmal so richtig deutlich. Und der Ethereum-Spot-ETF, der ist ja tatsächlich im Moment im Kommen und DeFi erlebt in den USA eine Art Revival. Und das ist tatsächlich kein Zufall. Der regulatorische Druck, der hat den Preis ja jetzt echt jahrelang genug gebremst. Und jetzt, wo Trump und die Republikaner in den USA wieder an die Macht kommen, wird das ganz sicher eine regelrechte Kryptoparty auslösen. Und kryptofreundlichere Rahmenbedingungen wären tatsächlich ein Segen und das natürlich ganz besonders für DeFi-Projekte. Bitcoin hat natürlich schon so ein gewisses Maß an regulatorischer Klarheit und daher kommt auch der Vorsprung von Bitcoin meiner Meinung nach. Aber genau das könnte jetzt der Moment sein für Ethereum, um so richtig Gas zu geben. Und zwar ist das Stichwort hier der Howey-Test, der berüchtigte Howey-Test, der entscheidet nämlich, ob etwas als Wertpapier eingestuft wird. Und das ist bei vielen DeFi-Projekten besonders tricky, weil da oft Gewinne ausgeschüttet werden. Und das ist tatsächlich weder bei Bitcoin der Fall noch bei irgendwelchen Meme-Coins. Also haben Solana und Bitcoin nicht so sehr unter der Regulierung gelitten wie meiner Meinung nach der DeFi-Bereich. Und die meisten DeFi-Projekte haben sich vom Thema Rendite in den letzten Jahren tatsächlich ziemlich ferngehalten, um nicht in diese Wertpapierfalle zu tappen. Und nur wenige wie zum Beispiel Aave, Curve oder Mekadau haben es geschafft. Und zwar hauptsächlich durch hohe Dezentralisierung, möglichst nicht im Visier der Regulierer zu landen. Und eine Sache, die aktuell für ziemlich viel Gesprächsstoff sorgt, das ist ja der sogenannte Fee-Switch. Und das bedeutet, dass Protokolle anfangen könnten, ihre Einnahmen an die Token-Halter auszuschütten. Und vor allem bei Uniswap könnte das ziemlich bald Realität werden. Bisher war da tatsächlich nichts mit Gewinnen für Token-Holder. Und Uniswap wurde damals auch ziemlich stark von VCs unterstützt. Und von A16Z gibt es da ein Papier für einen ganz konkreten Plan, wie man bei Uniswap den Fee-Switch aktivieren könnte. Es sieht also so aus, als könnte sich das Problem mit dem Huawei-Test jetzt bald tatsächlich einfach mal in Luft auflösen. Und das erklärt auch, warum die Kurse zuletzt bei den etablierten DeFi-Projekten so abgegangen sind. Zum Beispiel auch bei Athena wird gerade über einen Fee-Switch nachgedacht. Und der wird auch sehr, sehr wahrscheinlich eingeführt. Und auch Athena ist seitdem schon richtig schön abgegangen. Jedenfalls, wenn sich das durchsetzt, könnte es einen enormen Schub für DeFi geben. Für traditionelle Investoren wird DeFi dann plötzlich super interessant, weil da echtes Cash-Follow-Potenzial drin steckt. Und DeFi läuft nun mal einfach überwiegend auf Ethereum. Aber natürlich hat die Sache auch ihre Schattenseiten. Gward hier bringt das in seinem Tweet hier super schön auf den Punkt. Oh, good job, guys. Now our tokens are going to be valued off their cashflows. Hope you're happy, idiots. Was er damit meint, wenn Tokens auf einmal nach ihrem Cashflow bewertet werden, dann sieht das ziemlich schlecht aus für manche Altcoins. Viele könnten da massiv an Wert verlieren, weil sie diese Bewertungsmaßstäbe einfach nicht erfüllen können. Und das könnte Ethereum auch ein Stück weit runterziehen. Aber am härtesten wird es meiner Meinung nach kleine Altcoins treffen, die einfach keinen Cashflow haben. Und auch diese ganzen Infra-Projekte wie Celestia, Aptos, Sui und Co., die eigentlich eh keiner richtig versteht, die sind einfach viel zu austauschbar, bieten einfach nur Blockspace an. Und davon haben wir inzwischen reichlich. Und da liegt einfach auch keine richtige Wertschöpfung vor. Jedenfalls nicht in diesem hunderte Millionen Bereich Cashflow, die teilweise diese absurden Bewertungen auch mal rechtfertigen würden. Zudem gibt es parallel dazu auch Ideen, wie man DeFi auch auf Bitcoin bringen könnte. Und das wäre dann tatsächlich sozusagen der heilige Gral von Krypto, also Cashflow, den man aus Bitcoin generieren kann. Aber ganz ehrlich, Ethereum ist da meiner Meinung nach einfach meilenweit voraus. Und das wird, glaube ich, eh nicht mehr rechtzeitig fertig mit dem Bitcoin. Ein weiteres Thema ist die mögliche Regulierung durch die SEC, die unter einer neuen Leitung vielleicht anders, aber sicherlich nicht unkomplizierter sein wird. Erwartungen an weniger Bürokratie, also ich würde sagen, da ist Vorsicht geboten, Bürokratie, die sich selber abschafft, das wäre mal echt was richtig Neues. Wahrscheinlich werden wieder mal nur ein paar wenige Projekte begünstigt, was dann großen traditionellen Finanzinstituten weitere Vorteile verschafft. Und dass die dann Werte wie Dezentralität und Unzensierbarkeit fördern, tja, also das glaube ich erst, wenn ich es wirklich sehe. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, also in Ethereum zu investieren, ist jetzt meiner Meinung nach der richtige Zeitpunkt. Ein Kursziel von 10.000 US-Dollar ist tatsächlich nicht wirklich aus der Luft gegriffen. Das wäre ja echt einfach nur ein 3x von hier und würde dann die Market Cap von Ethereum auf eine Billionen US-Dollar katapultieren. Das ist ungefähr so viel wie Tesla. Also man muss sich das mal vorstellen, Ethereum wäre dann genauso viel wert wie Tesla und hat dabei meiner Meinung nach noch wesentlich mehr Wachstumspotenzial als Tesla selber. Und momentan ist Ethereum aus meiner Sicht noch stark unterbewertet. Die Stimmung, die erholt sich ja gerade erst. Also am besten mal Ethereum wieder in Betracht ziehen, nicht mehr ausfaden wie in den letzten Wochen. Das war's von mir. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Das war's von mir. Du bist elf. Du bist elf. Du bist elf.